Die Europäische Union hatte eigentlich das Ziel, die Vision Zero umzusetzen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Ziel, dass bis zum Jahr 2050 es in Europa kein Verkehrsteilnehmer mehr bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen soll. Allerdings, wenn man die aktuellen Zahlen sieht, dann scheint dieses Ziel zu hoch gesteckt. Zwar ist die Zahl der in Deutschland im Straßenverkehr getöteten historisch niedrig, aber sie stagniert seit einigen Jahren. Das liegt natürlich auch daran, dass sich der Straßenverkehr ändert. Immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad und durch E-Antrieb steigen zum Beispiel auch viele Senioren jetzt aufs Fahrrad oder aufs Pedelec. Und so ist die Zahl dieser Menschen, die im Straßenverkehr getötet wurden, deutlich angestiegen. Dazu gibt es jetzt also drei Anträge. Einer davon kommt von der Unionsfraktion und von der Unionsfraktion ist auch der erste Redner in dieser Debatte, Gero Stoyan. Eine 60-Minuten-Debatte über Fahrrad- und Fußgängerverkehr, das gab es in diesem Bundestag gefühlt noch nie. Und deswegen macht es eigentlich deutlich, dass bei uns in der Verkehrspolitik auch neue Zeiten anbrechen. Wir haben im Fahrradverkehr ganz neue Systeme im Markt. E-Bikes gibt es seit 2005. Wir haben Lastenräder, wir haben Mountainbikes, wir haben die Verleihsysteme unterschiedlicher Anbieter. Deswegen ist es auch notwendig, dass wir Politiker dann entsprechende Regelungen der Straßenverkehrsordnung anpassen und auf der Höhe der Zeit bleiben. Grundlage der heutigen Debatte sind drei Anträge. Zwei haben wir schon im Ausschuss beraten können. Und der Bundeshaushalt 2020 ist ja auch frisch verabschiedet. Und bis 2023 sind über 900 Millionen Euro für den Radverkehr, jedenfalls auf Seiten des Bundes, zur Verfügung gestellt worden. Finanzmittel alleine machen aber noch keine gute Radverkehrspolitik, denn immer mehr Radfahrer. Das bedeutet auch, dass die Sicherheit neu überdacht werden muss. Radfahrende müssen sich im Verkehr sicher fühlen. Nur dann werden sie sich auch diesem Radverkehr widmen. Gerade für Familien gilt das. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr ist ein wichtiger Baustein für die urbane und multiple Verkehrsnutzung. Nur hierdurch kann der Anteil des Radverkehrs am Model-Split gesteigert werden und der Radverkehr auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Auch Sicherheit ist hier einer der wichtigsten Punkte, an dem wir arbeiten. 2018 ist auch die Zahl der getöteten Radfahrer wieder im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen. Diese Bilanz macht deutlich, dass wir hier handeln müssen, aber im Einklang mit den Ländern und den Kommunen. Der Koalitionsvertrag erhält den Auftrag, die Straßenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsförderung zu überprüfen und gegebenenfalls fahrradgerecht fortzuschreiben. Das ist eine Formulierung, die uns Politikern sehr viel Spielraum gibt. Unser Bundesminister Andi Scheuer hat im Juni 2019 Eckpunkte für eine fahrradgerechte Straßenverkehrsordnung vorgelegt, die nach der Ressortabstimmung unter Beteiligung der Länder und Verbände im Oktober 2019 dem Bundesrat zugeleitet wurde. Ein Kabinettsbeschluss erfolgte im November 2019. Die Förderung des Radverkehrs und seiner Attraktivität sind der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen ein wichtiges Anliegen. Seitens des Ministeriums erfolgte die Prüfung und Fortschreibung der Straßenverkehrsordnung auch vor dem Hintergrund der Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes und der Länder eindringlich. Vor dem Hintergrund der Erforderlichkeit bundeseinheitlicher Vorgaben, wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse und bewährter Praxiserfahrungen ist der Beratungsprozess im Bundesrat aber immer noch im Gange. Die Straßenverkehrsordnung, meine lieben Kollegen, ist besonders Polizei- und Ordnungsrecht. Die Straßenverkehrsordnung, das ist eigentlich die Herzkammer der Verkehrspolitik. Hier wird definiert und festgelegt. Die Operation am offenen Herzen muss man sich genau überlegen, und das muss auch wohl abgewogen werden. Sie dient der Ordnung des Verkehrs und hat zum Ziel, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. In diesem Rahmen müssen sich auch Forderungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Radverkehrs bewegen. Der Radverkehr, die Novelle für den Radverkehr, sieht folgende Verbesserung vor. Ein generelles Halteverbot auf Schutzstreifen und das Überfahren von Schutzstreifen soll auch nicht mehr erlaubt werden. Wir möchten einen Mindestüberholabstand für Kfz von 1,50 Meter innerorts und 2 Meter außerorts. Wir möchten, und das zeigen gerade die letzten Unfälle in den Städten, Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Rechtsabbiegende Kfz über 3,5 Tonnen dürfen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit innerorts rechtsabbiegen. Dadurch soll die Zeitspanne, die der Fahrzeugführer zu überblicken der Verkehrsfläche hat, verlängert werden. Wir möchten eine Ausweitung der Grünfallregelung. Beim Pkw kennen wir das schon und diskutieren schon sehr lange. Fahrräder können also künftig aus Radfahrstreifen und baulich angelegten Radwegen bei angeordnetem Grünfall rechtsabbiegen, nachdem sie kurz angehalten haben. Bislang ging das nur aus der Fahrbahn heraus. Zudem hat der Grünfall durch ein neu geschaffenes Zusatzzeichen speziell nur für Radverkehr kann er angeordnet werden. Meine Damen und Herren, Radverkehr ist erfolgreich, wenn er flüssig läuft. Das sind alles Momente, wo wir uns erhoffen, dass der Radverkehr dadurch besser angenommen wird und auch Regelverstöße von Radfahrern nicht durchgeführt werden. Es ist ja ganz leicht, mit dem Fahrrad abzusteigen, über den Fußweg zu schieben und dann rechts abzubiegen. Das ist wesentlich günstiger, als über eine rote Ampel zu fahren. Das wissen die Profis. Deswegen sind wir jetzt hier auch dabei, entsprechende Regelungen auf den Weg zu bringen. Wir möchten Fahrradzonen einrichten. Künftig können flächenhafte Fahrradzonen wie Tempo-30-Zonen angeordnet werden. In Fahrradzonen ist anderer Verkehr als Radverkehr sowie Fahrzeuge nach der Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung nur nach gesonderter Freigabe durch ein Zusatzzeichen zulässig. Wir möchten das Nebeneinanderfahren von Fahrradfahrern erlauben. Das ist bisher... Bisher war es in der Straßenverkehrsordnung so geregelt, man fährt in der Regel hintereinander. Wir kennen das aber, die Ausnahmen bei Rennradfahrern, dass auf gewissen Größenordnungen muss man zu zweit fahren. Alles hatte seinen Sinn, aber wir probieren neue Dinge aus. Wir möchten die Verbesserung im Kreuzungs- und Einmündungsbereich... Ich habe so viel, ich muss so schnell sein. Wir möchten die Verbesserung der Sicherheit im Kreuzungs- und Einmündungsbereich verbessern. Deswegen sind die Parkverbot-Zonen hier etwas besser geregelt. Also man muss mindestens fünf Meter von der Bordsteinkante im Kreuzungsbereich nicht mehr parken. Lastenfahrräder. Wir werden ein Piktogramm Lastenfahrräder einführen. Ganz wichtig. Wir werden ein Verkehrszeichen Radschnellweg einführen. Wir werden das Überholen von Radfahrern. Und das haben wir uns in Niederlande als Verkehrsausschuss angeguckt. Es gibt dort Zonen, wo es große Schilder gibt, Autofahrer, ihr seid hier Gast. Und da gibt es auch wenig Autofahrer, ganz klar. Und die Autofahrer bekommen den Hinweis, ihr dürft hinter den Fahrradfahrern fahren. Aber ihr dürft sie nicht überholen. Auch diese Möglichkeit werden wir durch ein entsprechendes Schild den Kommunen einräumen. Und deswegen war es eine erfolgreiche Reise in die Niederlande. Wir möchten eine Öffnung der Einbahnstraßen erleichtern, dass auch im Gegenverkehr der Radverkehr die Einbahnstraßen einfahren darf. Wir möchten die Haifachzahnmarkierung, müssten wir einführen, wie sie in anderen Ländern schon mehrfach gut erprobt sind. Wir möchten Radfahrstreifenfortführung vor Grundstückszufahrten. Nicht, dass bei jeder Grundstückszufahrt immer der Radfahrweg plötzlich aufhört. Auch hier sind Erleichterungen möglich. Und wir möchten auch das, eine Erhöhung der Geldbußen bei Parkverstößen mit Bezug zum Radverkehr. Das gilt für das Parken in zweiter Reihe. Das gilt für unzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen sowie auf Schutzstreifen. Alles das möchten wir anpassen, damit es den Radfahrern besser geht. Wir möchten die Vision Zero als Leitgedanken in die Straßenverkehrsordnung einführen. Das ist uns ganz wichtig und ich möchte darauf aufmerksam machen. Wir möchten in den Städten einen besseren Verkehrsfluss, mehr Sicherheit, mehr Freude beim Fahrradfahren. Das ist gut nicht nur für die Menschen, auch für die Umwelt. Das Bundesverkehrsministerium plant eine Reihe von Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Gero Storjohan hat hier einige schon angekündigt. Ein nächster Redner ist nun Wolfgang Wiele von der AfD-Fraktion. Und auch Wolfgang Wiele sitzt im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Radfahren ist gesund, bringt uns in Bewegung und ist für kurze Strecken oft auch sehr praktisch. Radfahren soll nicht zur Gesundheitsgefahr werden. Heute geht es um die Verringerung des Unfallrisikos. Hierfür sind alle in der Verantwortung. Die Radfahrer selbst, Autor- und Lkw-Fahrer, aber auch Behörden und Stadtplaner. Der beste Weg zu weniger Opfern des Straßenverkehrs ist der gesunde Menschenverstand. Ich gebe Ihnen Beispiele aus Kopenhagen. Dort war ich im vergangenen Juni bei einem Arbeitsbesuch des Verkehrsausschusses einschließlich einer Radtour durch die Stadt. Zwei Punkte halte ich für besonders wichtig. Kopenhagen baut ein eigenständiges Radwegenetz abseits der Hauptstraßen für den motorisierten Verkehr. Und in Kopenhagen halten sich alle Radfahrer mit großer Disziplin an die Verkehrsregeln. Wie anders ist das hier in Deutschland? Häufig gibt es einen ideologischen Kampf gegen das Auto, vor allem durch die Grünen und ihre Anhänger. Auch hierzu habe ich konkrete Beispiele aus meiner Heimatstadt München. Da wurden zwei sogenannte Radentscheide gezielt zulasten des Autoverkehrs formuliert und vom Stadtrat übernommen. Exakt auf die Straßen des Münchner Altstadtrings sollen besonders breite Radwege kommen und eben nicht auf eigenständige Routen. Und Radwegverbesserungen sollen, ich zitiere mit Erlaubnis der Frau Präsidentin, Prioritär durch Umwidmung von Flächen für Kfz-Fahrspuren oder Kfz-Parkplätze und gegebenenfalls auch zu Lasten der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs umgesetzt werden. Zitat Ende. Klarer kann man den ideologischen Kampf gegen das Auto nicht formulieren. Und dem hat in München auch die CSU zugestimmt. Dahin geht also die Reise. Wir brauchen stattdessen praktische Vernunft. Auch hierfür drei Beispiele. Der Rechtsabbiegeassistent muss in alle Lastwagen, und zwar auch als Nachrüstsatz. Das muss auch in dieser Debatte erwähnt werden. Die Fördermittel des Verkehrsministeriums hierfür sind völlig unzureichend. Beim Überholen von Radfahrern müssen Autos den nötigen Abstand halten. Und ein spezieller grüner Pfeil fürs Rechtsabbiegen von Radfahren regelt endlich das klar, was vielerorts sowieso tägliche Praxis an roten Ampeln ist. Die Verkehrsträger dürfen eben nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Kollegen von der FDP-Fraktion formulieren das in ihrem Antrag, dem die AfD zustimmen wird, auch erfreulich klar. Wir brauchen aber keine Schikane. Die bringen nämlich viel mehr Ärger als Nutzen. Tempo 30 auf Hauptstraßen, unabhängig von Gefahrensituationen. Wenn das kommt, wird vielerorts die Verkehrsberuhigung in den Nebenstraßen wieder umgekehrt. Breite Parkverbote an allen Kreuzungen dieses Landes, auch in Wohngebieten mit Tempo 30 und rechts vor links. Die berechtigten Klagen der Anwohner über Parkplatzmangel sind vorprogrammiert. Dem Antrag der Koalition wird die AfD-Fraktion deshalb nicht zustimmen. Die Grünen beklagen in ihrem Antrag gar, dass Kommunen es heute begründen müssen, wenn sie dem Autoverkehr Fahrspuren und Parkplätze entziehen. Sie wollen die ungehinderte Reise in die ideologische Anti-Auto-Politik. Solchen Plänen stellt sich die AfD mit aller Kraft entgegen. Wenn die sogenannte Verkehrswende zum Ideologieprojekt wird, wird die AfD an der Spitze aller stehen, die das verhindern. Wolfgang Wiele war das von der AfD-Fraktion und hat hier kritisiert, dass die Neuerungen zu Lasten von Autofahrern gehen. Allerdings soll es zum Beispiel auch für Autofahrer in einer Situation flüssiger werden im Verkehr. Nämlich zum Beispiel, wenn PKWs mit mindestens drei Personen unterwegs sind, soll die Buschspur künftig für sie auch möglich sein, zu benutzen. Nächster Redner ist jetzt Matthias Stein von der SPD-Fraktion. Wenn ich einen Erwachsenen auf einem Fahrrad sehe, ist mir um die Zukunft der Menschheit nicht mehr bange. Das sagte der britische Autor H.C. Wells. Und gerade weil wir auf eine gute Zukunft für die Menschheit setzen, wollen wir mehr Menschen zum Radeln bringen. Weniger Umweltverschmutzung, mehr Gesundheit. Deshalb machen wir uns in unserem Koalitionsvertrag für mehr Attraktivität, mehr Sicherheit im Straßenverkehr für den Radverkehr stark. In den Regierungsfraktionen haben wir uns, und ich kann für die SPD sagen, sehr, sehr intensiv damit befasst, welche Maßnahmen wir dieses Ziel erreichen können. Im Juni hat auch der Bundesverkehrsminister seine Eckpunkte für die Reform der Straßenverkehrsordnung präsentiert. Mit der Feststreibung des Sicherheitsabstands beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern, mit der Einführung des grünen Pfeils und mit mehr Fahrradzonen in den Kommunen. Da war schon sehr viel Gutes drin. Aber wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fanden, das geht noch besser. Und wir haben uns dann mit den Kolleginnen und Kollegen von der Union zusammengesetzt. Dabei herausgekommen ist ein Antrag, der so gut ist, dass die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen ja begeistert zustimmen könnten. Ich bin gespannt auf Ihre Rede. In diesem Fall, finde ich, sind wir sogar deutlich besser und deutlich umfangreicher gewesen als die Grünen. Und den Antrag werden wir ja auch noch hier diskutieren. Meinen besonderen Dank gilt meinem Kollegen Gero Storjohan für die sehr gute und intensive Zusammenarbeit bei diesem Antrag. Und ich danke, und ich danke, ich danke auch der Unionsfraktion und dem Bundesverkehrsministerium für die gute Kooperation. Herzlichen Dank. Gemeinsam haben wir viel Gutes für die Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Weg gebracht. Eine Verbesserung der Innovationsklausel, mehr geschützte Radfahrstreifen, mehr Sicherheit beim Rechtsabbiegen von Kraftfahrzeugen. Es gibt viele Punkte, über die ich diesen Antrag freuen kann. Aber ganz besonders freue ich mich darüber, dass Kommunen jetzt leichter reduzierte Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer ohne Gefahrensituation ausweiten können. Das haben sich viele, nicht nur viele Kommunen deutschlandweit gewünscht. Auch in meinem Wahlkreis in Kiel habe ich 2018 gemeinsam mit der SPD-Ratsfraktion dort eine Befragung durchgeführt. Und da haben sich viele tatsächlich auch dafür eingesetzt, dass wir leichter Tempo 30 ausweisen können. Und wir gehen da sogar noch weiter. Wir fordern mit unserem Antrag das Bundesverkehrsministerium auf, in Modellversuchen zu überprüfen, wie es auf den Straßenverkehr auswirkt, wenn wir überall die Regelgeschwindigkeit innerhalborts von 30 haben und nur auf den Hauptverkehrsstraßen 50 gefahren werden. Damit wollen wir zur Erkenntnis kommen, wo und ob in welcher Form die Umkehrung der Geschwindigkeit sinnvoll ist und wie wir mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten können. Wir packen also kräftig an, um das Radverkehr, das Fahrradfahren sicherer und attraktiver zu machen. Und ich bin mir dann sicher, dass wir künftig nicht nur einen Erwachsenen auf dem Fahrrad sehen, sondern ganz viele Erwachsene und auch viele Parlamentarier auf dem Fahrrad sehen werden. Und dann kann uns frei nach Wales auch um die Zukunft der Menschheit und unseres Landes nicht bange sein. Herzlichen Dank. Matthias Steinwaders von den Sozialdemokraten. Auch die FDP-Fraktion hat ja hier einen Antrag eingereicht, in dem sie unter anderem fordert, die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander auszuspielen. Nun spricht von den Liberalen Christian Jung. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Verkehrspolitik bedarf einer guten Mischung aus Ökologie und Ökonomie. Und hier bleiben sowohl der Antrag der Grünen als auch der der Koalition auf der Strecke. Ich will das begründen. Für uns Freie Demokraten sind ÖPNV, Fuß- und Fahrrad- und Autoverkehr gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Wir brauchen individuelle Mobilität. Und für die Bewältigung der wachsenden Verkehre der Zukunft werden auch alle Verkehre gleichermaßen benötigt. Aber was machen die Grünen? Sie wollen wieder mal die Verkehrsträger gegeneinander ausspielen und propagieren wie immer einen einseitigen, ideologisch geprägten Vorstoß, in diesem Falle zugunsten des Fuß- und Fahrradverkehrs. So fordern sie unter anderem eine Ausweitung von Tempo 30, generelles Rechtsabbiegen von Fahrradfahrern bei Rot und einen Spurwechsel von Kraftfahrzeugen beim Überholen von Fahrrädern. Die Koalitionsfraktionen verfallen leider trotz einiger guter Ansätze in eine ähnliche Schieflage. Auch hier möchte man die Bürger zukünftig vermehrt auf den Sattel bitten. Zu diesem Zweck sollen Fahrradzonen ausgewiesen und zwei Meter Überholabstand außerorts eingeführt werden. Letztlich gipfelt der Antrag in der Einführung von Modellversuchen generell, Tempo 30 innerorts einzuführen und nur ausnahmsweise auf Hauptstraßen Tempo 50 zuzulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zumindest für uns gilt auch weiterhin, Autofahrer sind nicht das Feindbild der deutschen Verkehrspolitik. Wir wollen es uns auch zukünftig nicht so einfach machen und das Autobock zum Sündenbock der Straßenverkehrsordnung erklären. Stattdessen wollen wir die Straßenverkehrsordnung ein zeitgemäßes Update verpassen. Dafür muss das Augenmerk neben der Umwelt vor allem auf der Verkehrssicherheit und der wirtschaftlichen Nutzbarkeit von Deutschlands Straßen liegen. Am besten lassen sich diese Ziele in Einklang bringen, wenn es uns gelingt, die Verkehre wieder flüssiger zu machen. Das schont Umwelt und Nerven. Dass mit den Grünen so etwas nicht so einfach zu machen ist, beweisen Sie überall, wo Sie in den Kommunen die Verantwortung tragen. Dort wird alles Erdenkliche getan, um das Gegenteil zu erklären. Ich bin unter Umständen mehr unterwegs als Sie. Allein hier in Berlin-Kreuzberg darf ein grüner Baustadtrat Millionen von Steuergeldern ausgeben, um die Straßen mit Felsblöcken und Stadtmöbeln zu verunstalten. Bei mir in Baden-Württemberg nennt man so etwas Steuergeldverschwendung. Als Freie Demokraten setzen wir auf eine fortlaufende Evaluierung der Straßenverkehrsordnung. Stark berücksichtigt sollen in Zukunft zwei Aspekte werden. Innovationen zur Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und deren Nutzungsverhalten, wie wir das ja auch im Antrag dargestellt haben. Außerdem unterstützen wir die Bestrebungen, den Bußgeldkatalog anzupassen. Allerdings darf diese Änderung nicht nur einzelne Verkehrsteilnehmer wie Kraftfahrzeuge betreffen, sondern muss in gleichem Maße auch Fahrradfahrer und Fußgänger mit einschließen. Zu guter Letzt möchte ich ein Themenfeld ansprechen, das die anderen Parteien bei der Reform der Straßenverkehrsordnung außer Acht gelassen haben, nämlich auch meinen persönlichen Schwerpunkt Güter- und Schwerlastverkehr. Als Freie Demokraten wollen wir in Kooperation mit den Ländern endlich die Feiertagsfahrverbotsregelung überarbeitet wissen. Warum? Weil die gegenwärtige Lösung eine untragbare Belastung für den deutschlandweiten Lastkraftverkehr darstellt. Berufskraftfahrer, die auf einem Rastplatz an einer innerdeutschen Landesgrenze anhalten müssen, weil im anderen Bundesland Feiertag ist, zeigen immer wieder, dass wir 30 Jahre nach der Deutschen Einheit beim innerdeutschen Grenzverkehr noch nicht in der neuesten Zeit sind. Und stattdessen brauchen wir keine fragmentarische Landkarte und Farbverbote müssen wir insgesamt deutschlandweit einheitlich regeln. Damit können wir als Freie Demokraten in der Gesamtschau die Vorschläge der Grünen und der Koalition in dieser Form nicht mittragen und fordern Sie stattdessen auf, unseren viel besseren Antrag zu unterstützen. Vielen Dank. Eine interessante Aufforderung von Christian Jung. Mal sehen, wie sich dazu die Grünen verhalten werden. Die Linksfraktion hat einen Sprecher für den öffentlichen Personennahverkehr und Fahrradmobilität. Der darf natürlich in dieser Debatte nicht fehlen. Andreas Wagner spricht jetzt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, Radfahren ist kostengünstig, hält fit und schont die Umwelt. Fast jeder in Deutschland hat ein Rad. Viele nutzen es für den Alltag, andere sind damit in ihrer Freizeit unterwegs. Es wird Zeit, dass das Fahrrad in der Verkehrspolitik und der Verkehrsplanung mehr Beachtung findet. Radfahren muss sicherer werden. Wir brauchen mehr Platz fürs Rad. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Verkehr von Fahrrädern, E-Fahrrädern und Lastenfahrrädern ist ein elementarer Baustein der Mobilitätsoffensive in unseren Kommunen. Große Mengen an CO2-Emissionen können eingespart werden, wenn der Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen steigt. So steht es im Antrag der Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Ich stimme dem zu und freue mich über diese Erkenntnis, die auf ein Umdenken hindeutet. Dass wir uns heute mit dem Radverkehr befassen, ist aus meiner Sicht auch ein Verdienst von den Verbänden wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem Verkehrsclub Deutschland, Changing Cities und den vielen Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern, die sich seit Jahren für den Radverkehr stark machen. Ich finde, deren Engagement gehört an dieser Stelle gewürdigt. Herzlichen Dank für das beharrliche Eintreten für den Radverkehr. Die Fraktion Die Linke begrüßt den vom Bundesverkehrsministerium vorgelegten Entwurf zur Novellierung der Straßenverkehrsordnung als Schritt in die richtige Richtung. Herr Minister Scheuer, das war längst überfällig. Die Festlegung eines Mindestabstands von Kraftfahrzeugen beim Überholen von Radfahrenden finden wir richtig. Damit ist es allerdings nicht getan. Insbesondere in den Innenstädten ist es notwendig, die Verkehrsflächen neu aufzuteilen. Wo es möglich und sinnvoll ist, müssen geschützte Radwege geschaffen und Autoverkehr und Radverkehr voneinander getrennt werden. Wir brauchen eine Verkehrsführung, die Konflikte zwischen Autos und Fahrrädern vermeiden, damit alle, auch Eltern mit Kindern und Senioren, sicher auf dem Rad unterwegs sind, sich sicher fühlen und gut unterwegs sind. Wir begrüßen es, dass Lkw mit einer Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen zukünftig beim Rechtsabbiegen innerorts mit Schrittgeschwindigkeit fahren müssen, mit dem Ziel, Abbiegeunfälle zu verhindern. Um Radfahrende und Fußgänger zu schützen und Unfälle mit rechtsabbiegenden Lkw zu verhindern, befürworten wir eine verpflichtende Ausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenzsystemen. Schrittgeschwindigkeit und Abbiegeassistenzsysteme sind jedoch nur zwei Aspekte. Besonders gefährliche Kreuzungen müssen aus unserer Sicht umgestaltet und entschärft werden. Die Bundesregierung ist aufgefordert, hierzu die Kommunen finanziell stärker zu unterstützen. Längst überfällig ist eine Erhöhung der Bußgelder, wenn Autos auf Radfahrstreifen und auf Rad- und Gehwegen geparkt werden. Auch dies begrüßen wir. Ich finde, wenn verbotswidrig Autos auf Radfahrstreifen und Radwegen geparkt werden und Radfahrende zu gefährlichen Ausweichmanövern gezwungen werden, ist das keine Bagatelle. Solche Autos gehören auf Kosten der Halter abgeschleppt. In diesem Zusammenhang dürfen wir jedoch nicht die Beschäftigten bei ambulanten Pflegediensten, Handwerkerinnen und Paketzustellern vergessen. Wo es Halte- und Parkverbote gibt, braucht es Liefer- und Haltezonen. Um die zu schaffen, schlagen wir die Umwidmung von Parkplätzen vor. Der Antrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD sieht vor, dass E-Scooter und Fahrräder, die auf dem Geh- oder Radweg abgestellt werden und den Fußgänger- und Radverkehr behindern, auf Kosten des Besitzers entfernt werden können. Ich verstehe das Problem, insbesondere mit Bleirädern und E-Scootern, die oft kreuz und quer abgestellt werden und nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung ein Hindernis darstellen. Es stellt sich allerdings die Frage, wann ein Fahrrad oder E-Scooter den Fußgänger- und Radverkehr behindert. Es muss sichergestellt werden, dass auch zukünftig das Rad vor der Wohnung und dem Laden abgestellt werden kann. Gleichzeitig brauchen wir mehr Abstellanlagen für Fahrräder. Wir sind der Meinung, zu jedem größeren Bahnhof gehört ein Fahrradparkhaus und an jeder Bushaltestelle und an jedem Zugang zur S- und U-Bahn gehören ausreichend Fahrradbügel installiert, an denen Fahrräder sicher abgeschlossen werden können. Das muss Standard sein. Die Fraktionen von CDU, CSU und SPD fordern in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, den Bußgeldkatalog anzupassen, dass die Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung für Radfahrende erhöht werden. Ich halte dies für ein falsches Signal. Wer den Radverkehr fördern und sicherer machen will, sollte aus meiner Sicht nicht die Bußgelder erhöhen, sondern Radfahrende sensibilisieren und befähigen sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Und damit keine Missverständnisse entstehen. Auch Radfahrende müssen sich, wie alle anderen auch, an die Straßenverkehrsordnung halten. Es ist lebensgefährlich, ohne Licht bei Dunkelheit mit dem Rad unterwegs zu sein. Wer ohne Licht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Radfahrerinnen und Fußgänger. Aus meiner Sicht sind die im Zusammenhang mit der Verhängung und Eintragung von Bußgeldern verbundenen Kosten in Aufklärungskampagnen jedoch besser investiert. In meiner Kindheit habe ich in der ARD relativ häufig die Sendung Der siebte Sinn gesehen. Vielleicht erinnern Sie sich. In etwa drei Minuten wurde in der Sendung auf Gefahrensituationen im Straßenverkehr aufmerksam gemacht und aufgeklärt, wie man sich darin am besten verhält. Das wäre doch mal was, Herr Minister Scheuer, so etwas Ähnliches wieder auf den Weg zu bringen, anstatt leicht bekleidete Frauen und Männer mit einem Fahrradhelm auf ein Bett posieren zu lassen. Wir wollen fahrradgerechte Städte mit guter Luft zum Atmen, in denen alle sicher, umwelt- und klimafreundlich unterwegs sind. Eine Verkehrswende ist überfällig. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Stephan Gelbhaar für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Reform des Straßenverkehrsrechts war und ist überfällig. Die jetzt vorgelegte Novelle der Straßenverkehrsordnung ist jedoch inhaltlich ungenügend und mit handwerklichen Mengen übersät. Das ist enttäuschend. Über 100 Änderungsanträge im Bundesrat. Die Opposition, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der Koalition haben mit Anträgen auf Änderungsbedarf hingewiesen. Die Szene hat ebenfalls ausgearbeitete Vorschläge vorgelegt. Dem Verkehrsministerium sei gesagt, gutes Regieren liegt auch darin, die Augen zu öffnen und Hilfe anzunehmen. Ich verstehe das schon. Bis hierhin ist noch kein Verkehrsminister von SPD, CDU oder CSU jemals vorgestoßen. Nach jahrzehntelangen Stillstand liegt die Messerlaute enorm niedrig. Aber für Lob reichen bunte Bilder mit Helmen oder schöne Worte wie Fahrrad nicht. Sie müssen endlich liefern. Vielleicht enttäuscht Sie das irgendwie, aber Herr Staatssekretär Ferlemann hat jüngst in einer Fragestunde gesagt, die fahrradfreundliche Änderung der Straßenverkehrsordnung machen Sie ja nur wegen uns, meint man die Grünen. Sei es drum. Mir geht es aber darum, dass Sie das nicht halbherzig machen, denn es ist enorm relevant, etwa in Sachen Verkehrssicherheit und Abbiegeunfälle. Sie machen nur das, was das Auto nicht einschränkt, beispielsweise Abbiegeassistent. Da haben Sie einen Aufkleber designt. Sie haben minimale Beträge für die Nachrüstung bereitgestellt. Und das reicht noch nicht mal für 1 Prozent der LKWs. Dass LKWs in Schrittgeschwindigkeit abbiegen sollen, haben Sie von unserem Antrag übernommen? Okay. Dass Schrittgeschwindigkeit für Sie aber bis zu 11 kmh sein sollen, das ist irre. Zeigen Sie mir das mal. So verhindern Sie nicht, dass immer wieder Menschen bei diesen Unfällen sterben oder schwer verletzt werden. Das muss aber unser Ziel sein. Und wenn Minister Scheuer nun lamentiert, dass ein besserer Schutz wegen der EU nicht geht, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, haben Sie denn keine Juristin, haben Sie keinen Juristen, der Ihnen das ordentlich mal aufschreibt? Bessern Sie das nach. Warum fehlen die Verkehrssicherheitszonen in der Straßenverkehrsordnung? Führen Sie das endlich ein? LKWs ohne Abbiegassistent dürfen dann nicht mehr in diese Gebiete einfahren. Das geht, das ist belegt, und das würde menschliches Leben retten. Die wichtigste Verbesserung für Verkehrssicherheit sucht man genauso begebens. Tempolimits. 130 auf der Autobahn, aber eben auch, Herr Steu-Johann, regelmäßig Tempo 30 in den Städten. Die Wissenschaft hat das dozentfach belegt. Geringere Geschwindigkeiten führen zu weniger schweren Unfällen. Sie ignorieren das und planen weiter Menschen als Kollateralschäden ein. Das ist menschenfeindlich. Und da kommt Andreas Scheuer seiner Schutzpflicht nicht nach. Ich weiß, dass das in Ihrem Koalitionsantrag angelegt ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, Sie fordern Vision Zero, Sie fordern Tempo 30. Das Verkehrsministerium sieht bei diesen Punkten bloß keinen Handlungsbedarf. Das haben Sie klipp und klar noch mal in der schriftlichen Anfrage erklärt. Deswegen sprechen Sie mit Ihrem Minister. Nehmen wir zusammen die Bundesregierung da in die Pflicht als Parlament. Aber das ist es ja nicht alleine. Bei der Straßenverkehrsordnungsnovelle finden sich massive, teilweise schon kuriose handwerkliche Fehler. Das Ding ist einfach nicht sauber gearbeitet. Zum Beispiel hat der Verkehrsminister Bußgelderhöhungen von bis zu 100 Euro versprochen. 100 Euro werden nun bei einem skurrilen neuen Tatbestand fertig. Und zwar unzulässig in zweiter Reihe Gehalte mit Sachbeschädigung. Das ist ja der Standardfall, dass ein stehendes Fahrzeug andere Sachen beschädigt. Aber gut, noch besser finde ich den. Sie haben das Bußgeld für Parken in zweiter Reihe bei weiterhin maximal 35 Euro belassen. Das Parken in zweiter Reihe wäre damit künftig billiger als das Halten in zweiter Reihe. Also, Tipp, immer ganz schnell raus aus dem Auto, sofort 20 Euro gespart. Das ist absurd. Und das Ministerium hat diese Schlampigkeit jetzt auch schon eingeräumt. Leider gibt es diverse, diverse weitere solcher Beispiele. Und daher sage ich, diese Novelle muss stringent, dringend überarbeitet werden. Insbesondere beim Bußgeldkatalog. Und das ist, ehrlich gesagt, nicht der Job des Parlaments. Das ist der Job des Ministeriums. Das ist der Job im Zweifel vom Bundesverkehrsminister Scheuer. Es reicht eben nicht nur, drei Punkte für die Zeitung aufzuschreiben. Deswegen nacharbeiten. Die Koalition, und deswegen, jetzt kommen wir zu Ihrem Antrag, lobt den Bußgeldkatalog trotzdem die Novellierung. Wahrscheinlich haben Sie den nicht vollständig gelesen. Und dafür wollen Sie noch was einführen. Ich zitiere noch mal. Herr Wagen hat es schon angesprochen. Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sollen auch für Radfahrende erhöht werden. Ich finde, dass das im Rahmen einer Novelle für eine fahrradfreundliche Straßenverkehrsordnung, da ist das schon hart verdreht. Und wenn Sie da wirklich tätig werden wollen, dann empfehle ich Ihnen, sich in die Kommunen zu begeben, sich das anzuschauen, wie zum Beispiel in Berlin eine Fahrradstaffel eingeführt wurde. Das hat wahrsgeblich was gebracht. Das, was Sie hier aufgeschrieben haben, das ist ehrlich gesagt nur billiger Stammtisch. Wo wir schon bei Stammtisch sind, die Idee, Autos auf Busspuren zu schicken, ist auch nur ein weiteres Geschenk an die Autolobby, sonst gar nichts. Damit verschlichten Sie nicht nur die Bedingungen für das Fahrrad, sondern auch für den Bus. Und das ist doch offensichtlicher Quatsch. Dafür sollte man doch hier endlich mal eine Einigkeit erzielen. Weg damit. Ich mache das noch mal für mich klar, ich glaube auch für meine Fraktion. Wir freuen uns auch über minimale Verbesserungen, über Regelungen von Fahrradzonen oder Grünpfeilen. Alles ist besser als nichts. Aber dafür bekommen Sie keinen Applaus. Diese Reform der StVO atmet weiter den Geist der Autoideologie. Rad- und Fußverkehr werden so auch weiterhin massiv benachteiligt sein. Und das, Herr Jung, muss sich ändern. Ich habe das schon mal gesagt, ich sage das auch gerne mal wieder, das Verkehrsministerium ist aus meiner Sicht das beste Ministerium im Kabinett. Also, wenn man es denn hätte. Sie könnten da das Leben von Menschen maßgeblich verbessern, teilweise retten. Und dafür müssen Sie aber das Verkehrsrecht konsequent umschreiben. Und deswegen noch mal ans Verkehrsministerium legen Sie endlich ein Bundes-Mobilitätsgesetz vor. Richten Sie Mobilität konsequent an Menschen aus, an Klima- und Umweltschutz, an der Verkehrssicherheit. Und dann bekommen Sie von mir, dann bekommen Sie von uns auch einen verdienten Applaus. Vielen Dank. Stefan Gelbhaar von Bündnis 90 Die Grünen hier mit ersten Verbesserungsvorschlägen, besonders bei den Bußgeldern. Christoph Ploß ist der nächste Redner. Er sitzt für die Unionsfraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mobilität, das ist nicht nur in dieser Debatte eines der Megathemen, die derzeit in Deutschland diskutiert werden. Und da ist auch vollkommen zu Recht. Denn jeder von uns ist von der Mobilität in irgendeiner Weise betroffen. Für den Wirtschaftsstandort Deutschlands ist eine funktionierende Mobilität von enormer Bedeutung. Und was bei der Debatte auch schon angeklungen ist, ist, dass wir alle auch unterschiedliche Vorstellungen von Mobilität haben. Die Grünen haben eben gesagt, ihr Vorbild ist die Stadt Berlin. Beim Verkehr, da kann man sehen, wie man es machen sollte. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, als Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, als Nutzer von Radverkehr und auch als Nutzer von Autos, dass Berlin nicht Vorbild sein sollte, wenn wir hier im Deutschen Bundestag Entscheidungen fällen. Sondern stattdessen sollten wir jetzt in den beginnenden 2020er Jahren die Grundlage für die Mobilität in den 2030er Jahren legen oder sogar schon teilweise für die beginnenden 2040er Jahre. Und dabei haben wir als CDU-CSU-Fraktion ein ganz klares Bild vor Augen. Wir wollen zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr viel stärker ausbauen. Das ist gerade auch mit dem Thema der heutigen Diskussion von enormer Bedeutung. Und deswegen verdreifachen wir die Mittel für den Ausbau der U- und S-Bahn-Systeme in Deutschlands Metropolregion in dieser Legislaturperiode. Insofern auch ein herzliches Dankeschön an Steffen Bilger, der hier stellvertretend für das Bundesverkehrsministerium heute ja auch bei der Debatte sitzt. Wir arbeiten sehr gut zusammen und werden da bis zum Ende der Legislaturperiode noch einiges auf den Weg bringen. Denn U- und S-Bahn werden enorm wichtig sein, um die Mobilitätsprobleme zu lösen und auch um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das Gleiche gilt, wenn wir über den Pkw- und Lkw-Verkehr reden, auch im Zusammenhang mit dem Thema dieser Debatte. Da haben wir auch ein klares Ziel vor Augen. Wir sagen, wir wollen stärker Elektromobilität fördern, wasserstoffbetriebene Pkw und Lkw. Wir wollen synthetische Kraftstoffe fördern. Wir wollen da technologieoffener rangehen und den Verkehr damit immer umweltfreundlicher machen, auch leiser machen, wovon auch Fußgänger und Radfahrer profitieren. Wir wollen den Verkehr digitalisieren, damit er immer flüssiger wird, damit er besser funktioniert, nicht wie hier in der Stadt Berlin. Aber wir wollen natürlich auch den Fußgänger- und den Radverkehr in Deutschland noch stärker fördern. Und wir wollen auch die Verkehrssicherheit in unserem Land erhöhen. Und auch in dem Zusammenhang muss man sagen, da haben die politischen Maßnahmen, die wir in der Großen Koalition beschlossen haben, aber die wir auch in den vergangenen Jahrzehnten auf Betreiben der Union beschlossen haben, mittlerweile eine sehr positive Wirkung entfaltet. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da gab es in Deutschland noch über 20.000 Verkehrstote. Jedes Jahr. Und mittlerweile haben wir die Marke von 3.000 Verkehrstoten im Jahr unterschritten. Der Pfeil zeigt im positiven Sinne immer weiter nach unten. Und an dieser Entwicklung, das hat Gero Storjohann als erster Redner für die Unionsfraktion eben richtig gut zum Ausdruck gebracht, daran werden wir weiterarbeiten. Und deswegen haben wir uns auch mit diesem Antrag das Ziel gesetzt, die Vision Zero zu erreichen, dass wir irgendwann gar keine Verkehrstoten mehr auf Deutschlands Straßen haben werden. Und, meine Damen und Herren, in dem Zusammenhang wird natürlich der heutige Antrag der CDU-CSU-Fraktion zusammen mit dem Koalitionspartner, den Sozialdemokraten, ein entscheidender Baustein sein. Wir wollen nicht nur sagen, der Radverkehr muss gefördert werden und das in schöne Sonntagsreden einbauen, sondern wir wollen dafür die politischen Rahmenbedingungen setzen. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir zum Beispiel einen Grünpfeil für Radfahrer einführen. Wir haben selber das mal in Hamburg angefangen, Anfang der 2000er Jahre, für den Verkehr, in erster Linie damals für Pkw. Das hat gut funktioniert. Und das wird auch gut für den Radverkehr funktionieren und damit Radfahren noch attraktiver machen. Enorm wichtig wird es aber auch sein, diejenigen ins Visier zu nehmen, die sich nicht an die Regeln im Verkehr halten. Denn es kann nicht sein, dass schwächere Verkehrsteilnehmer durch rücksichtsloses Verhalten im Verkehr gefährdet werden. Das gilt für Autofahrer, die durch Straßen rasen und denen es völlig egal ist, was mit Kindern, mit Senioren und anderen Fußgängern passiert. Das gilt genauso für Autofahrer, die unerlaubterweise in zweiter Reihe stehen oder im Halteverbot stehen und damit den Verkehr behindern und für gefährliche Situation sorgen. Es gilt aber auch, und das sage ich insbesondere zu Ihnen, liebe Kolleginnen von den Grünen, für Radfahrer, die ramboartig durch Fußgängerzonen fahren und auch schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Kinder gefährden. Das wollen wir als Union nicht akzeptieren. Und deswegen haben wir das hier in unseren Antrag auch eingebracht. Für uns ist klar, diejenigen, die sich als Radfahrer an die Verkehrsregeln halten, die sollen deutliche Verbesserungen erfahren, wie zum Beispiel auch den Ausbau der Infrastruktur. Da wird der Parlamentskreis Fahrrad unter Leitung von Gero Storjohan noch weiter daran arbeiten. Da haben wir in der Legislaturperiode noch einiges vor. Ich will aber noch einmal auch kurz den Blick auf E-Scooter lenken. Denn über E-Scooter haben wir hier in den vergangenen Monaten auch häufig diskutiert. Und wir haben festgestellt, die können Vorteile bringen, wenn Menschen vom Auto auf E-Scooter umsteigen. Aber wir wissen auch, gerade aus den Ballungsräumen Deutschlands, dass E-Scooter, die auf Gehwegen abgestellt werden oder auf Radwegen abgestellt werden, ein großes Ärgernis sind. Und ich möchte hier auch klar zum Ausdruck bringen, ich kann jeden verstehen, der morgens zum Fuß zur Arbeit geht oder langjoggt an irgendwelchen Strecken und dort teilweise über E-Scooter stolpert, dass er sich darüber aufregt. Und deswegen wollen wir auch hier die Grundlage schaffen, dass E-Scooter in Zukunft abgeschleppt werden können und dass diese Ärgernisse aus dem Weg geräumt werden, dass nach dem Verursacherprinzip diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die die E-Scooter nicht ordnungsgemäß abstellen. Und mit diesen ganzen Maßnahmen, da wird es uns gelingen, nicht nur den Verkehr immer leiser zu machen, immer umweltfreundlicher zu machen, sondern auch immer sicherer zu machen. Und in dem Sinne darf ich Sie gleich um Unterstützung für die Initiative der Großen Koalition bitten. Herzlichen Dank. Sagt Christoph Ploß. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat im letzten Jahr, in der letzten Jahres geschätzt, dass 2019 3080 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. Und weniger als im Jahr davor, aber natürlich immer noch zu viel. Dirk Spaniel von der AfD-Fraktion. Die vorliegenden Anträge der Koalition und der Grünen zur Novellierung der Straßenverkehrsordnung haben das Ziel, den Radverkehr über die anderen Verkehrsteilnehmer zu stellen. Rote Ampeln sollen überfahren werden können. Kreuzungen bis 5 Meter Abstand sollen frei vom parkenden Autos sein. Und sogar die Koalition unterstützt hier praktisch die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in den Städten. Ohne Augenmaß sollen Radfahrer gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern bevorzugt werden. Und diese Ungleichbehandlung der Verkehrsteilnehmer wird die AfD-Fraktion nicht mittragen. Und speziell in dem Antrag der Grünen liest man, dass Autofahrer für die Verkehrsunfälle die Hauptverantwortlichen wären. Die objektiven Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Radfahrer sind die Hauptunfallverursacher im Straßenverkehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden ungefähr 5,5-mal so viele Unfälle mit Personenschaden durch Radfahrer verursacht im Verhältnis zu Autofahrern. Und die durch Radfahrer verursachten Unfallzahlen steigen Jahr für Jahr um 6 Prozent. Und die für Autofahrer sinken. Und noch etwas. Und das ist mir besonders wichtig, weil das nämlich sehr ernsthaft ist. Wer sein Kind auf dem Fahrrad transportiert, setzt es einem 25-mal höheren Verletzungsrisiko aus als Eltern, die ihre Kinder im Auto transportieren. Und das Propagieren von Kindertransport auf Fahrrädern in der Stadt ist objektiv betrachtet fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit schutzbedürftiger. Sie wollen hier eine heile Märchenwelt mit Fahrrädern zeichnen, die es so gar nicht gibt. Nüchtern betrachtet sind Fahrräder in hohem Maße unpraktisch und gefährlich. Fahrräder erfüllen die sichere und komfortable Transportaufgabe bestenfalls bei schönem Wetter und in ebenem Gelände. Und kurz zur Einordnung. 3 Prozent der Personenkilometer werden über das Fahrrad abgewickelt. 75 Prozent über das Auto. Das Fahrrad bedient im Wesentlichen Verkehrsstrecken von durchschnittlich 9 Kilometer pro Tag und das Auto von 39 Kilometer pro Tag. Und damit ist klar, das Fahrrad ist vor allen Dingen das Verkehrsmittel der städtischen Bohem. Und für große Teile der Bevölkerung keine Alternative zum Automobil. Ja genau, das sind Ihre Wähler und deshalb sind Sie auch dafür. Das Automobil ist das Verkehrsmittel der arbeitenden Bevölkerung, vor allen Dingen derer, die zur Arbeit pendeln. Und in Zeiten von immer höheren Mieten werden somit die Stadt gegen die Landbewohner ausgespielt. Als Partei, die die arbeitende Bevölkerung im Blick hat, können wir die Bevorteilung des Fahrradverkehrs auf Kosten der Autofahrer nicht unterstützen. Wir wollen auch den innerstädtischen Verkehr reduzieren und somit auch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer dort erhöhen. Die objektiv wirksamste Methode dazu wäre der Ausbau von Parkplätzen, damit unnötige Parkplatzsuchfahrten entfallen. Laut internationalen Studien kann man durch eine Ausweitung bezahlbarer Parkplätze den innerstädtischen Verkehr um 30 Prozent reduzieren. Niemals schaffen Sie das mit Ihren Gaga-Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs. Die Verkehrspolitik eines Industrielandes hat in erster Linie den essentiellen Transportbedürfnissen der Mehrheit zu dienen. Und Deutschland ist kein kollektiver Freizeitpark. Und Verkehrspolitik muss rationale Politik sein. Wir können Ihren Anträgen nicht zustimmen. Ihren Antrag dagegen stimmen wir zu. Vielen Dank. Kündigt Dirk Spaniel an, der Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur. Von den Sozialdemokraten kommt jetzt die Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur, Kirsten Lühmann. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Anwesende. Kennen Sie einen Babu? Oder haben Sie schon mal auf einer Libelle gesessen? Oder auf Dolly? Haben Sie schon mal ein Woody erlebt? Das alles sind Lastenfahrräder zum Transport von Kindern. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, damals, als unsere Töchter klein waren, hatten wir so etwas noch nicht. Wir hatten Anhänger, da haben wir sie dran transportiert. Aber die waren lange nicht so komfortabel wie unter anderem diese Fahrzeuge. Und daher war es richtig, dass wir festgelegt haben, in Fahrradanhängern dürfen maximal zwei Kinder bis zum Alter von sieben Jahren transportiert werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Technik ist weitergegangen, die Wirtschaft auch. Insofern gibt es diese Fahrzeuge, die durchaus geeignet sind, die durchaus sicher sind, um erstens mehr als zwei Kinder und zweitens auch Kinder im Alter von über sieben Jahren zu transportieren. Und darum ist es richtig und gut, dass wir in unserem Antrag auffordern, dass wir mit unserem Regelwerk endlich uns an die Technik anpassen. Und ich kann es Ihnen aus Erfahrung sagen, es ist nicht die Bohemen aus Berlin, sondern es sind die Mütter und Väter aus Hermannsburg, die solche Fahrzeuge nutzen und die sich über eine Klarstellung bedanken würden. Wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen, dann reicht es nicht, dass wir Geld geben für Fahrradschnellwege und ÖPNV. Das ist wichtig und gut, das müssen wir tun. Aber wir müssen auch die Bedingungen so gestalten, dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt werden kann und sinnvolle Früchte trägt. Und mit diesem Antrag werden wir das für den Fahrradverkehr auch tun. Wir müssen den Verkehrsraum anders aufteilen. Und ich meine nicht so wie in den 60er Jahren. Da war ja propagiert worden, die autogerechte Stadt. Und alle anderen Verkehrsteilnehmenden konnten sich die Gehwege irgendwie dann da mal teilen. Es war ein Einer gegen den Anderen. Und das genau machen wir nicht. Sondern wir sagen ganz klar, ja, wir müssen unsere Gewohnheiten verändern. Aber wichtig ist, dass jeder Verkehrsteilnehmende ausreichenden Platz hat. Und darum haben wir in diesem Antrag auch geschrieben, Wenn wir richtigerweise das Halten auf Fahrradschutzstreifen verbieten, dann müssen wir Pflegediensten, Lieferfahrzeugen, Handwerkern auch die Möglichkeit geben, regelgerecht und nicht in der zweiten Reihe parken zu müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum brauchen wir die Möglichkeit für Kommunen, Ladezonen auszuweisen. Keiner muss das machen. Aber wir müssen die Möglichkeit eröffnen, den örtlichen Gegebenheiten sich anzupassen. Und dafür ist auch die Experimentierklausel. Meine Kollegin Kockmatz Emre wird darüber noch sagen. Aber wir müssen auch Neues wagen. Zum Beispiel Lastenräder, die Pakete austragen. Wir haben das in Hamburg gesehen. Leider weigern sich oder leider ist es schwierig, in anderen Städten das durchzusetzen mit der Argumentation. Ich habe es erlebt bei mir im Wahlkreis. Ja, wir müssten ja zwei Autoparkplätze dafür hergeben. Liebe Kollegen und Kolleginnen, zwei Autoparkplätze dafür, dass Lieferverkehr in der Innenstadt wegfallen würde, glaube ich, ist eine vernünftige Regelung. Und wenn es immer heißt, das geht doch gar nicht und das macht nur Deutschland. Ich habe kürzlich Frankreich besucht. Das ist ja nun nicht ein ausgewiesenes Fahrradland. In Paris sind ganze Fahrspuren für Pkw gesperrt worden, baulich abgetrennt und für Fahrräder in beide Richtungen freigegeben worden. Und was dort möglich ist in einer Millionenstadt, das sollte bei uns in Deutschland doch auch machbar sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam den Verkehrsraum nutzen heißt aber auch, wir brauchen Regeln, die brauchen Akzeptanz. Dafür müssen wir ja sensibilisieren. Aber ganz ehrlich, wir alle wissen es aus unserer Lebenserfahrung, sensibilisieren alleine reicht nicht. Wir brauchen Kontrolle, wir brauchen ausreichend Polizei, wir brauchen kommunale Kontrollmöglichkeiten. Und ja, wir brauchen wirksame Bußgelder für alle, für zu Fuß gehende, für Fahrradfahrende und für Autofahrende. Und das fordern wir ein. Es ist schon gesagt worden, dazu gibt es einen Vorschlag. Der liegt jetzt leider in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe seit längerer Zeit. Und ich fordere das Ministerium auf, dass da ein bisschen Druck gemacht wird, dass wir diese sinnvolle Veränderung des Bußgeldkataloges in einer vernünftigen Zeit hinbekommen. Wir haben, wenn wir uns den Fahrradverkehr angucken, und auch dem wird dieser Antrag gerecht, unterschiedliche Herausforderungen. Hier in Berlin ist der Anteil der Fahrräder an der Verkehrsleistung 15 Prozent. Gut, das können wir noch besser machen. Aber 15 Prozent, das ist was. Wenn Sie sich die ländlichen Räume in Deutschland angucken, ist der Fahrradanteil unter 10 Prozent. Warum? Hier in Berlin haben wir Nutzungskonflikte und das Problem mit Regelkonformität. Im ländlichen Raum bei uns ist es eher die Frage, kriegen wir eine sichere Infrastruktur hin? Und für unterschiedliche Herausforderungen müssen wir unterschiedliche Lösungen machen. Dann profitieren alle davon. Und abschließen möchte ich mit einem Zitat insbesondere für den Kollegen Spaniel. Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Zitat stammt von Adam Opel, einem Automobilhersteller. Herzlichen Dank. Kirsten Lühmann von den Sozialdemokraten war das. Nächster Redner in der Debatte ist Bernd Reuter von den Liberalen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen wissen, ich komme ja vom Niederrhein. Da fährt man von klein auf Fahrrad, da gehört Fahrradfahren zum guten Ton. Und wir alle am Niederrhein, Kollege Fricke, nickt bestätigen, tun das häufig und gerne. Wir müssen aber auch konstatieren, Kollege Plosz, Kollege Gelper, da gibt es keine U- und S-Bahn. Da gibt es nur sehr wenig öffentliche Verkehrsmittel. Und die Menschen müssen von A nach B kommen. Und wir müssen auch konstatieren, dass der Verkehr auf unseren Straßen zunehmend unvielfältiger wird. Dem wollen wir auch als Freidemokraten gerecht werden. Und wir setzen auf Innovation, Digitalisierung und ein faires Nebeneinander der Verkehrsträger. Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, ist der falsche Weg und nützt hier keinem, meine Damen und Herren. Am Straßenverkehr teilzunehmen heißt Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sich selbst und andere. Wer gegen die Verkehrsregeln verstößt und andere gefährdet, muss daher mit Bußgeldern rechnen. Neben der Verhältnismäßigkeit setzen wir Freien Demokraten uns auch dafür ein, dass die Bußgelder gegenüber Verkehrsregeln endlich auch konsequent umgesetzt werden. Und zwar über alle Verkehrsträger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie die Freunde von den Grünen in ihrem Antrag formulieren, nur noch auf das Fahrrad zu setzen. Und das halte ich für den falschen Weg. Und zu schreiben in dem Antrag, die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist nur gewährleistet, wenn Fahrradfahrer die gesamte Fahrbahn in Anspruch nehmen. Also ist das nicht ein bisschen dicke, liebe Freundinnen und Freunde? Ich finde, so geht es nicht. Anstatt zu moralisieren, setzen wir Freie Demokraten uns für die Rechte aller Verkehrsteilnehmer ein. Nur so bewältigen wir das bevorstehende Verkehrswachstum in der Stadt und aber auch im ländlichen Raum. Ich will aber auch auf die positiven Aspekte des Antrags der Großen Koalition hinweisen. Es ist mehrfach angesprochen worden, die Konfliktsituation bei Kurier- und Paketdiensten, bei Handwerkern mit den Anwohnern zu lösen. Die Möglichkeit, eine Liefer- und Haltezone einzurichten, kann hier, denke ich, denken wir, bereits zu einer deutlichen Entspannung führen. Und wir befürworten auch, die Unfälle beim Rechtsabbiegen zu verhindern und dafür Sorge zu tragen. Eine maximale Verkehrssicherheit sollte das Ziel aller Beteiligten sein. Das bedeutet, nein, andersrum, in Sachen Innovation hat die Koalition allerdings noch einiges nachzuholen. Es ist angeklungen, die Straßenverkehrsordnung muss neuen Trends wie E-Scootern oder Carsharing gerecht werden. Das bedeutet vor allem, innovative Verkehrsträger und neue Nutzungsverhalten frühzeitig in die ständige Evaluierung von Vorschriften einzubeziehen. Das bringt Innovation und unterstützt die Verkehrssicherheit. Wir Freie Demokraten wollen also eine Straßenverkehrsordnung, die sich den Bedürfnissen der Menschen und dem bevorstehenden Wachstum orientiert. Dazu brauchen wir alle Verkehrsträger, natürlich auch das Fahrrad. Statt die Menschen in Feindbilder zu unterteilen, soll ein geregeltes Miteinander der Verkehrsteilnehmer fördern. Herzlichen Dank. Der Bundestag diskutiert darüber, wie der Straßenverkehr für Fahrradfahrende und Fußgänger sicherer werden kann. Der nächste Redner in dieser Debatte ist Alois Reiner von der Unionsfraktion. Er ist Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Schlägt man die Straßenverkehrsordnung auf, so sticht gleich Paragraf 1 ins Auge. Dieser sieht gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor. Leider wird nicht nur die politische Auseinandersetzung immer aggressiver, auch im Straßenverkehr. Vor allem in den Großstädten wird immer weniger Rücksicht aufeinander, damit auch auf die Fahrradfahrer und Fußgänger genommen. Meine Damen und Herren, mit unserem Antrag wollen wir den Radverkehr sicherer und damit attraktiver machen. Wir brauchen uns auch nichts vormachen. Die Mobilität in unserem Land wird sich ändern, ob wir jetzt stark eingreifen oder weniger stark eingreifen. Man spürt es jetzt schon, dass sich die Mobilität ändert. Wenn wir sehen, dass die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen mehr werden, vor allem in den Städten, dann muss man auch sagen, in den Städten ist das Fahrrad meist das flotteste Fortbewegungsmittel. Und hier nimmt der Fahrradbestand kontinuierlich zu. Vor diesem Hintergrund soll in der Straßenverkehrsordnung vor allem der Leitgedanke Vision Zero verankert werden, der das Ziel von null Verkehrstoten ausgibt. Oberstes Gebot ist dabei die Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern, Fußgängern und Fahrern von Elektro-Kranstfahrzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, bringen wir daher eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg, die heute schon vielfach angesprochen worden sind, aber beispielsweise der Mindestabstand von zwei Metern von Kraftfahrzeugen beim Überholen von Radfahrern oder die Verpflichtung von Kraftfahrzeugen über 3,5 Tonnen nur in Schrittgeschwindigkeit rechts abzubiegen. Damit sich in Zeiten des zunehmenden Versandhandels Lieferverkehr und Radverkehr nicht gegenseitig behindern, brauchen wir zusätzlich ein Verkehrszeichen für die Ladezone. Meine Damen und Herren, die Zahl der verkehrsverletzten und toten Fahrradfahrer, so hoffen wir, soll mit diesen Maßnahmen damit deutlich reduziert werden. Doch auch abseits von allgemeingültigen Maßnahmen investiert der Bund bereits heute 15 Millionen Euro in eine Reihe von konkreten Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Weitere 41 Millionen Euro werden in die Verkehrssicherheitsforschung investiert, um weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir wollen nicht nur durch Anreize Veränderungen schaffen, sondern auch durch Forschung und die Durchsetzung bereits bestehender Regeln. Wir treiben die umweltfreundliche Mobilität nicht nur schnell voran, sondern wir schaffen auch sichere Rahmenbedingungen. Und, meine Damen und Herren, mit einer sicheren Fahrradpolitik werden wir auch mehr Menschen dazu bewegen, diese kurzen oder darüber hinaus auch die längeren Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Nebenbei bemerkt, ist es auch nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch nachgewiesenermaßen für unsere Gesundheit. Und Fahrradfahren macht auch den Kopf und den Geist frei, vielleicht auch von Ideologien, die bei manchen im Kopf rumgeistern. Deshalb finde ich es gut. Für das schnelle Vorankommen und damit für die Attraktivität des Radverkehrs soll es neben den bekannten Tempo-30-Zonen künftig auch Fahrradzonen geben, auf denen auch Elektro-Kleinstfahrzeuge schnell und sicher unterwegs sein können. Der grüne Pfeil ist angesprochen worden. Und, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einen ganz persönlichen Hinweis. Gerade das Tragen von Helmen auf Rädern würde ich mir besonders wünschen. Wir müssen das nicht unbedingt vorschreiben. Aber ich habe es selbst über viele Jahre nicht glauben können, dass zum Beispiel beim Skifahren ein Helm sehr sinnvoll ist. Genauso sinnvoll wäre es, das Wichtigste gut an unserem Körper zu schützen. Und deshalb der freiwillige Appell heute von mir an alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, tragen Sie Helm zu schützen. Das Wichtigste, was Sie haben, ist Ihren Kopf. Und es tut gut, mit dem Helm unterwegs zu sein. Dankeschön. Dann noch der Hinweis, ich bin in unserer Gebietsverkehrswacht Vorsitzender. Ein herzliches Dankeschön, die sich bei den Verkehrswachten engagieren. Hier gibt es natürlich neben den Hauptamtlichen aus den Polizeidienststellen auch die vielen Ehrenamtlichen, die unglaublich Großes dazu leisten, dass die Verkehrssicherheit, vor allem im Fahrradverkehr, besser wird. Machen Sie weiter in Ihrem Engagement, auch wenn das nicht immer nach vorne getragen wird. Es ist eine hervorragende Leistung, die hier von den Freiwilligen und Ehrenamtlichen und auch von den Hauptamtlichen in den Verkehrswachten geleistet wird. Meine Damen und Herren, wir als Union und die Koalition, wir wollen einen Ausgleich zwischen allen Verkehrsteilnehmern schaffen. Wir wollen einen vernünftigen Mittelweg, in dem wir nicht alle anderen Verkehrsmittel hinter den Fahrradfahrern und den Fußgängern anstellen, sondern sie zu gleichberechtigten und sicheren Verkehrsteilnehmern machen. Dies erreichen wir durch präventive Maßnahmen sowie durch die Schaffung von Anreizen. Und einer davon ist dieser gute Antrag der Koalition. Ich bitte, dem zuzustimmen. Vielen herzlichen Dank. Die letzte Rednerin in der Debatte für sicheren Fahrrad- und Fußgängerverkehr kommt von den Sozialdemokraten Elvan Korkmaz-Emre. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mobilität ist ein Stück Freiheit. Sie ist aber nichts, wenn sie nicht sicher ist. Und genau deshalb ist die Vision Zero für uns nicht zu diskutieren. Die Zahl der Toten und Schwerverletzten wollen wir auf Null senken. Und das darf nicht Floskel sein, sondern muss das oberste Anliegen unserer Verkehrspolitik sein. Und Verkehrssicherheit, das ist im Übrigen keine Frage von Geschmack, Parteikouleur oder anderen Befindlichkeiten. Es geht hier schlicht um Menschenleben. Die EU sagt, spätestens bis 2050 keine Verkehrstoten mehr. Die EU bekennt sich zur Vision Zero. In unserem Koalitionsvertrag steht die Vision Zero. Und auch in unserem heutigen Antrag steht die Vision Zero. Wo sie noch nicht steht, das ist die Straßenverkehrsordnung. Und da muss sie dringend rein. Wir brauchen einen Kulturwandel auf der Straße. Und dafür setzen wir uns als SPD ein. Tatsache ist, dass die Zahl der Unfallopfer stagniert. Das Ziel für 2020 werden wir verfehlen. Statt 2000 über 3000 Getötete im Straßenverkehr. Jedes Jahr. Ein wenig Hoffnung gibt die Prognose für 2019. Immerhin ein Rückgang um 6 Prozent. Gut, aber noch nicht gut genug. 2020 muss nicht nur das Jahr der Verkehrswende werden, sondern sollte gerade auch das Jahr der Verkehrssicherheit werden. Bis Ende dieses Jahres wird das neue Verkehrssicherheitsprogramm vorgelegt, Herr Bilger. Und da das Jahr noch sehr, sehr jung ist, erwarte ich und ich freue mich auch auf ein Verkehrssicherheitsprogramm voll konkreter Maßnahmen, viel Ambition und dem absoluten Willen zur Vision Zero. Heute geht es aber vor allem um den Radverkehr. Und es war längst Zeit, dem Fahrrad mehr Raum zu geben, ihm einen festen Platz in der Straßenverkehrsordnung zu geben und ihn zu stärken. Und das ist ein richtig guter Ansatz für unsere Verkehrspolitik. Und immerhin da sind wir uns ja zumindest, wenn ich den rechten Rand ausklammere, hier im Deutschen Bundestag sind wir uns da mehrheitlich einig. Was aber auf der Straße funktioniert, das wissen die Kommunen am besten. Und genau deshalb ist es richtig, dass wir den Kommunen Instrumente an die Hand geben. So haben sie die Möglichkeit, vor Ort auszuprobieren, was tatsächlich funktioniert und was nicht. Und deshalb gehen wir an die Innovationsklausel ran. Wir muten den Gemeinden mehr Verantwortung zu. Und dieses Vertrauen müssen wir aufbringen. Was aber nicht heißt, dass wir Verantwortung wegschieben. Im Gegenteil, wir müssen genau diese Aktion unterstützen. Als Bund müssen wir zum Beispiel an das Thema Bußgelder noch einmal richtig ran. Das hat Frau Lümer nebenher auch gesagt. Und wer sichere Straßen möchte, der braucht auch mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße. Und natürlich Geld in den Bauämtern. Mobilität ist ein Stück Freiheit. Und dies aber nichts, wenn sie nicht sicher ist. In diesem Sinne herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.